Herzlich willkommen hier bei diesem neuen Video auf meinem Kanal. Mit freundlicher Unterstützung vom Kanalsponsor bio-gartenwelt.de Euer Online-Shop für organische Dünger, Zusätze und Substrate. Große Auswahl von Einsteiger bis LivingSolk-Profi. Es gibt Neuigkeiten aus Berlin zum aktuellen Gesetzgebungsverfahren rund um Säule 1 Cannabis-Gesetz sowie Säule 2, die aktuell noch aussteht. Es war ja, wie im letzten Video und in einem davorigen Video noch erwähnt, explizit eigentlich der Plan, laut SPD Gesundheitsministerium Säule 2 in der Sommerpause fertigzustellen und dann zu präsentieren. Daraus wurde nichts. Das Thema wurde entsprechend schön klein gehalten. Die Grünen werden jetzt am 13. Oktober eine Infoveranstaltung fahren rund um Säule 2. Wie könnte sie aussehen? Jetzt hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, dass es Aussagen gibt aus interfraktionären Kreisen. Die besagen, dass die geplante Säule 2, wie sie anscheinend wohl nicht, wie ursprünglich geplant, als separates Solo-Gesetz, als Säule 2-Gesetz, dann nach dem Cannabis-Gesetz zweitrangig in den Bundestag eingebracht wird, nun wohl doch als verwurschtes Gesetz eventuell ins Cannabis-Gesetz mit einfließen soll. Es wird im Artikel leider nicht auf die Namen oder Partei-Backgrounds der entsprechenden Aussagen treffenden Akteure der Fraktionen eingegangen. Daher nur die Mutmaßung, es ist wahrscheinlich nicht die SPD. In einem Insta-Live hat sich der Kalbenblut dazu erst entsprechend vor kurzem geäußert. Schauen wir hier mal rein. Schnelle Minute. Da ich gerade dauernd die Anfrage bekomme, wir sollen Säule 1 und 2 nicht vermengen. Ich habe keine Ahnung, wo die Hydratation herkommt. Aber es bleibt dabei, Säule 1 in diesem Jahr, Gesetz wird verabschiedet. Säule 2, Modellprojekte folgt, Eckpunkte hoffentlich noch in diesem Jahr und Gesetz dann im nächsten Jahr. Da wird nichts vermengt, das ist auch nicht geplant, bevor ich das jetzt jedem Einzelneck werden muss. Ob sich dieses Gerücht zu Säule 2 und den Modellversuchen nun bewahrheiten wird, wir werden sehen. Spannend wird es auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch rund um das Cannabis-Gesetz und die gesamte Gesetzesinitiative auch zu Säule 2. Wenn ihr rund um das Cannabis-Gesetz und die aktuellen Entwicklungen zu Säule 2 nichts mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr freuen über ein Like auf dem Video sowie ein Abo auf dem Kanal Bis zum nächsten Mal.